Ja, für die heutige Nachmittagsausgabe habe ich für Sie wieder ganz viele Teilwahrheiten überall gesichtet. Ja, aber das Tragische ist, die ganze Wahrheit, nämlich auf die Antwort auf die Frage, warum, wieso läuft das alles so schief, die finden Sie leider nur hier und ich kann es andeuten, alle diese Teilwahrheiten erklären die Symptome, aber die Ursache der Symptome ist die bis zu 400.000 Jahre alte Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das Chefideologen der Marktwirtschaft. Und das werde ich alles wieder in dieser Sendung beweisen, aber fangen wir an. Also seit dem 25.02., als ich dann gebeten wurde, einen Kommentar zur Sendung 327 noch zu mailen, damit dieser Kommentar dann veröffentlicht werden kann zu Corona, sagen wir die ganz klare Aussage sozusagen. Sowohl die Hysterie bei Corona ist verursacht durch die marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und als auch die Anfälligkeit für das Virus, also die Immunschwäche der Menschen, ist verursacht durch die Marktwirtschaft, die uns krankmachende Ernährung, giftiges Wasser, giftige Luft, giftige Medikamente, giftige Nahrung liefert, das liefert die Marktwirtschaft zwangsläufig und automatisch, was ich gleich wieder aufzeigen werde, was in 445 anderen Sendungen ausführlichst aufgezeigt wurde und in 4 Homepages, die Sie über die nextscientistforfuture.de finden. So, also ab dem 25.02., ab dem Kommentar unter 327, sagen wir die ganze Wahrheit über alles, über Corona und so weiter. Ja, die Partei Widerstand 2020, ja, die wird natürlich scheitern. Also hier nochmal das Bild, was uns ja jetzt alle bedroht, die große Bedrohung, Zwangsimpfung, dass wir irgendeinen Chemiesondermüll oder biologischen Sondermüll in uns reinspritzen lassen, der nicht richtig getestet ist und so weiter. Das ist natürlich jetzt die große Bedrohung, die über allem steht, ja. Ja, also die Partei Widerstand, ja, die sollte sozusagen, habe ich auch schon gemailt, sollte sich also beim Parteiprogramm vom Weltrat der Weisen, von den nextscientistsforfuture.de beraten lassen, weil wenn das Parteiprogramm auch nur eine irgendwie weltfremde Geschichte beinhaltet, wird diese Partei natürlich kläglich scheitern. Und das ist unheimlich wichtig, dass man wirklich das macht, was man ja jetzt allen anderen vorwirft, dass man sich wirklich mit den unterschiedlichsten Experten zum Diskutieren zusammentut, um dann zu entscheiden, ob ein Parteiprogrammpunkt eher weltfremd ist oder realistisch ist aus naturwissenschaftlicher Sicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit Bodo Schiffmann sich dann als Diktator erweist oder wie weit dann also irgendwie eine Mehrheit der Inkompetenten ein unfähiges Programm zustande kriegt oder ob sie sich den Rat des Weltrates beziehungsweise der nextscientistsforfuture.de holen. Das Angebot steht jedenfalls. Ja, dann haben wir, erfreulich ist ja, dass diese Partei eben dabei ist, auch die FDP und die Partei, die Grüne, mitgliedermäßig zu überschreiten. Aber Herr Schiffmann hat also da auch schon wieder weltfremde Ansichten. Das interessiert niemanden. Niemand wird über eine Konkurrenz sozusagen der Großparteien berichten, bevor nicht bei einer Wahl mindestens mal die 5-Prozent-Hürde überschritten ist. Und bis das geschehen ist, wird man alles tun. Natürlich ganz selbstverständlich unter Bedingungen der Marktwirtschaft, ganz selbstverständlich als jede irritierende neue Partei unten zu halten, solange es eben nur geht. Und wenn man dann noch einige weltfremde Konzepte hat, dann kann man natürlich diese Partei umso, also im Parteiprogramm, dann kann man die Partei natürlich direkt abtun. Und das wird man auch tun. Ja, Schluckwasser. Prof. Hans-Werner Sinn. Ich schaue immer, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe immer vier Videos in der Dauer-Playlist sozusagen drin, die als einzige dauerhaft drin sind. Der Talk von KenFM mit dem Verfechter der Marktwirtschaft schlechthin, Dr. Markus Krall, dann Thilo Jung, also die linke Seite mit Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie und Nico Pech, der Verfechter der Postwachstumsideologie, auch wieder bei Thilo Jung, natürlich wieder linksradikal, linkslastig. Und dann, wen habe ich noch? Nico Pech, Christian Felber, Markus Krall. Jetzt muss ich selbst mal nachschauen, ja, sozusagen, was hier meine Arbeitsgrundlage ist. Hans-Werner Sinn natürlich selber, ja, denn Hans-Werner Sinn muss dabei sein, weil er sozusagen zwar sich auch total irrt, aber neben seinem Irrtum auch wieder viele wichtige Teilwahrheiten sagt, die die Linken natürlich, Thilo Jung natürlich gar nicht verstehen will, dass bestimmte Sachen nicht gehen, dass auch in der kommunistischen, echt kommunistischen, sozialistischen, idealplanwirtschaftlichen Gesellschaft man auf bestimmte Marktelemente, Leistungsmessungselemente, Leistungselemente auf keinen Fall verzichten darf, weil man sonst eine ruinierte Gesamtwirtschaft kriegt. Dann kriegt man eben den stalinistischen Ruin und den Honeckerismus, die Totalzerstörung von Ländern. Also muss man natürlich auf dem neuesten Stand der Wissenschaft alles machen, ja. Und ja, und Hans-Werner Sinn sagt richtig, deutet richtig an, und das haben wir bei den nextscientistsforfuture.de auch mit aufgenommen, nämlich im Moment sei es so, dass die Fähigsten eher Manager der Wirtschaft werden, ja. Und deswegen müssen wir auch bei allen Prämiensystemen auch die Lehrer höher bezahlen und die Politiker höher bezahlen, also vor allem auch mit dem, dass dadurch bezahlen, da hat Krall ja ausnahmsweise mal recht, dass man das Durchschnittsgehalt der letzten drei Jahre einem oder vier Jahre einem Wirtschaftsmanager zahlen muss, der sich bereit erklärt, in der Politik mal zu managen, politischen Politikmanagement zu betreiben, damit wir nicht immer so, also sozusagen, wir brauchen die Fähigsten des Landes als Lehrer, als Lehrer und Hochschullehrer, damit unsere Kinder wirklich auf den neuesten Stand der Erkenntnis kommen. Und wir müssen brauchen die Fähigsten des Landes als Staatsmanager. Und das geht natürlich, das werde ich ja gleich erklären, wie natürlich wir das schaffen können, nämlich mit der kompletten Wahrheit über die Welt. Christian Lindner war in einer Fernsehtalkshow, Maybrit Illner war es, glaube ich, und da wird ihm so in den Mund gelegt, er hätte gesagt, ja, die Maßnahmen seien nicht mehr verhältnismäßig und die Virologen wären so die Angstmacher, ja. Aber noch einmal kurz zur Erläuterung, ich gehe schon mal rein in den ersten Teil einer Begründung, ja. Warum sind Virologen Angstmacher notwendigerweise? Weil wir Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft, das Dr. Krall als Grundbedingungen haben und die Evolution verläuft immer so, wie die Grundrahmenbedingungen sind. Die Rahmenbedingungen. Und der Rahmen heißt Marktwirtschaft. Kapitalistische, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Ganz egal, Hauptsache Rahmen, Marktwirtschaft. Und damit ist alles gesagt, weil die Evolution dann nicht mehr anders kann, als uns in Irrtümer zu verwickeln. Denn hier der erste Früharzt sagt, toll, euer kommunistisches, liebevolles Leben und dass ihr euch so naturbelassen ernährt, reine Natur, pflanzlich, Gemüse, Obst und so weiter. Alles, was Natur ist, toll. Dann habt ihr ein starkes Immunsystem und braucht von mir eigentlich gar keine Behandlungen. Das ist ein guter Früharzt. Der lebt in der Wahrheit. Der hat aber ökonomisch keine Überlebenschance, denn es wird irgendwann tauchen in der Marktwirtschaft nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig sich irrende Frühärzte auf. Und die sagen, nein, ihr könnt ruhig das ganze moderne Zeug essen. Das ist genauso gesund. Das spielt keine Rolle. Euch fehlen eigentlich nur meine Impfungen, meinen Tests, meine Bestrahlung, Operationen und Chemotherapien. Je aggressiver, desto wertvoller. Und er glaubt das wirklich. Und dadurch hält er die Leute natürlich in dem krankmachenden Lebensstil fest. Ja, in der krankmachenden Ernährung schon mal mindestens. Und dadurch werden die ständig zu seinen Dauerkunden. Er kann ständig damit marktwirtschaftlich Geld verdienen, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und begründet also eine Großfamilie, der sich irrenden und voll von Gewinn bringenden Irrtümern angefüllten Medizinprofessoren, die notwendigerweise uns als Angstmacher begegnen müssen, da sie selber ja auch hypochondrisch immer die Viren und Bakterien in ihrer Ausbildung gelernt haben, als riesige Killer zu überschätzen, anstatt zu sagen, bei einem gesunden Immunsystem, spielen alle diese vermeintlichen Killer ja überhaupt keine Rolle. Schluckwasser. Katja Saalfrank, die sogenannte Supernanny, war wohl auch mit in der Sendung dabei. Und dann, ich gucke mir sowas selbst gar nicht an, ich habe jetzt nur den Bericht darüber gelesen, weil das ist ja alles so langweilig und so uninteressant. Ja, also das halten die Familien nicht mehr lange durch, wird sie so zitiert sozusagen, als hätte sie gesagt, das halten die Familien nicht mehr lange durch. Also sie spricht damit auf die Schädigung durch die Maßnahmen an, die natürlich selbstverständlich immer naturwissenschaftlich aufgewogen werden müssen gegenüber der Schädigung durch Corona selber. Und das ist ja so das Entscheidende, dass man die selbstverständlich aufrechnen muss. Was nützt es einem, wenn man viele vor dem Coronavirus rettet und sie dann an anderen Ursachen sterben, die durch die Maßnahmen verursacht werden? Ja, dann ein ehemaliger Verfassungsrichter hätte sich pro Lockerungen ausgesprochen. Ja, das Thema angesichts der Illner-Sendung, also ja, Expertenhörigkeit ist das Thema. Und das habe ich ja eben klar gemacht. Unter Bedingungen dieser Experte hier, der wahrheitsorientierte Experte, sowas finden wir in solchen nur als Restbestände. Die finden wir bei den nextscientistsforfuture.de, beim Weltrat der Weisen und bei Wodak & Co. finden wir überall solche Restbestände an wenigstens teilwahrheitsorientierten Fachleuten. Aber die sind immer die Ausnahme. Und der Mainstream der Ärzte, an denen sich ja die Politik hält, die sind immer bis unterkannte sozusagen, voll mit gewinnbringenden Irrtümern. Und die müssen die gesamte Politik und die gesamte Journalistenschaft notwendig in die Irre führen. Also Expertenhörigkeit ist das direkte Problem. Aber auch das entsteht eben daraus, weil wir alle marktwirtschaftshörig sind. Da wir die Marktwirtschaft nicht verstehen und nicht hinterfragen, sind wir selbstverständlich dann auch expertenhörig. Ja, denn erst wenn man versteht, dass die Marktwirtschaft immer in allen gesellschaftlichen Bereichen nichts anderes produziert als gewinnbringende Irrtümer, die dann eine Gehirnwäsche darstellen, in die Irreführung hinein, dann geht es halt nicht anders. Ja, also wo war das mit der Expertenhörigkeit? Weiter geht es mit Lindner hat dann wohl noch mal gesagt, dass die, ich sage mal in Anführungszeichen, Experten sich ständig widersprechen. Das zeigt er auf, da hat er natürlich recht, denn die werden ja auch von ihren gewinnbringenden Irrtümern hin und her gebeutelt und wissen ja eigentlich in Wirklichkeit gar nichts über die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit. Dann Professor Stefan Homburg war wieder mit einer eigenen Sendung zu sehen und er spricht über die Ursachen der irreführenden Fehldarstellungen und zwar, dass die ihm eben unklar sind. Und das ist genau der Punkt. Da ihm die Fähigkeit fehlt, deswegen finden sie Wahrheit, die ganze Wahrheit immer nur hier. Er kann nur sagen, ich kann die Teilwahrheit sehen. Ich kann sehen, dass es da irreführende Fehldarstellungen gibt, aber ich verstehe nicht, woher denn sowas kommt und wo denn die Ursache vor sowas sein kann. Es ist ihm einfach nicht klar, dass in jedem gesellschaftlichen Bereich sich immer die gewinnbringenden Irrtümer durchsetzen und dass deswegen natürlich die gesamte Medizinindustrie wieder nur Irrtümer verbreiten kann, die wiederum zu Gewinnen führen, der pharmazeutischen Industrie, der Medizinindustrie. Und das ist naturgesetzlich nur so möglich, seit wir die Marktwirtschaft erfunden haben. Also müssen wir die Marktwirtschaft beenden. Ich komme ja nachher noch zur Wohlfühlstimme als Einlösungsmodell von vielen. Ja, und dann sagt Professor Homburg natürlich auch, dass das im Moment gedroht wird mit der Erfindung der zweiten Welle. Naja, ist doch klar, wir müssen ja bereit sein, Milliarden auszugeben für sieben bis acht Milliarden Impfungen. Ja, und dafür müssen wir bedroht werden. Das ist doch selbstverständlich. Und da wird dann halt eben die zweite Welle ausgedacht, wenn sie nicht aktiv erzeugt wurde. Denn dadurch, dass wir ja in Deutschland sozusagen die normale Ausbreitung des Virus unterdrückt haben mit Gewalt, sind natürlich immer noch viele Menschen da, die dem Virus nicht begegnet sind. Und insofern ist eine zweite Welle tatsächlich nicht unmöglich. Aber sie wurde durch diese künstlich überhöhten, den künstlich überhöhten Lockdown, wenn sie kommt, dann erst gemöglich gemacht und geschaffen, weil nämlich all die, die unempfindlich gegenüber dem Virus sind, wegen zu starker Abwehrkräfte, immer noch nicht durchseucht sind. Und das hätte man natürlich zulassen müssen, indem man nur die Risikogruppen schützt, aber auch nur so weit, wie sie selber geschützt werden wollen und nicht gewalttätig sozusagen, wie es unser jetziger Staat ja macht. Ja, also der Marktwirtschaftsirrtum ist das Problem. Aber insgesamt fordert Professor Homburg natürlich wieder die sofortige Aufhebung aller Maßnahmen. Ja, so und dann geht es jetzt hier weiter mit Sarah Wagenknecht. Ja, das ist leider auch kaum erträglich anzuschauen. Immer wieder dieser Vorwurf gegen irgendwie die Reichen, Reichen und Erfolgreichen, also ihr Feindbild, anstatt ganz klar zu sagen, wir brauchen die Wohlfühlstimme, dann gibt es die ganzen Probleme nicht mehr. Weil die Wohlfühlstimme, ich zeige es nochmal kurz auf, wie gesagt, es gibt noch hunderte andere Alternativen, wem die Wohlfühlstimme nicht gefällt, der kann dann die hundert anderen Alternativen sich durchlesen. Aber die Wohlfühlstimme würde also hier schlagartig bewirken, dass die gewinnbringenden Irrtümer sofort anfangen würden auszusterben, weil nämlich plötzlich keine Gewinne mehr kommen, sondern nur noch Verluste, weil schlechte Wohlfühlstimmen durch gewinnbringende Irrtümer sofort die Verdienstzuschläge dieser Ärzte zum Beispiel reduzieren würden und die dazugehörigen schlechteren Gesundheitsdaten werden ja dann auch zur Grundlage der Verdienstzuschläge gemacht und dann sterben alle Irrtumsträge, also alle gewinnbringenden Irrtümer sterben aus, entweder indem sich die Ärzte selber von ihren gewinnbringenden Irrtümern befreien mithilfe der wahrheitsorientierten Fachleute, zum Beispiel den nextscientistsforfuture.de und dann ist das Problem gelöst sozusagen und damit hätten wir eine Gesellschaft, Schluck Wasser, in der alle Gesellschaftsteile den Menschen dienen und auch der Gesundheit und Langlebigkeit und Lebensglück und Lebensqualität der Milliardärskönige dienen. Dann dient jeder Teil der Gesellschaft jedem Menschen, egal ob er Milliardärskönig ist oder nicht. Und im Moment ist es so, dass alle Teile der Gesellschaft allen Milliardärskönigen schaden, nur dass nachdem, an welchem ein Milliardärskönig finanziell beteiligt ist, dann profitiert er zwar finanziell, aber von der Lebensqualität, von der Gesundheit und von der Langlebigkeit schädigt, wird der Milliardärskönig genauso wie der Ärmste der Welt von allem geschädigt, was dieses marktwirtschaftliche System mit uns allen eine furchtbare Misshandlung anstellt sozusagen. So, dann geht es weiter. Also Sarah Wagenknecht, wie gesagt, hier Wohlfühlstimme statt diese ständige Vorwurfshaltung gegen die Erfolgreichen und Reichen und ja, die zahlen zu wenig Steuern und alles, ja, und immer wieder die gleiche Leier. So, dann gehen wir weiter. Fridays for Future lädt, natürlich, habe ich ja schon gesagt, alles, was an unsinnigen und unqualifizierten Leuten in der Welt ist, die ledet, aber die irgendwie einem linksradikalen Denken entsprechen, die machen, da machen sie eine Sendung nach der anderen, haben natürlich da auch eine unsinnige Landwirtschaftsreform wieder vorgestellt in einer neuen Sendung, anstatt hier, wie gesagt, die Wohlfühlstimmen dazu führen zu lassen, dass jeder Lebensnahrungshändler, der mit seinen Produkten die Gesundheit und das Wohlfühlen seiner Kunden auch nur im geringsten schädigt, bekommt überhaupt keine Verdienstzuschläge und geht pleite, wenn er nicht schleunigst seinen Kurs ändert und dazu gehört natürlich ganz klar an die Lieferanten das Signal, ich will nur noch Permakulturprodukte haben, nur noch Superbio, am besten Permakultur, keine Monokulturen mehr und dadurch werden die Böden gereinigt und es wird dann von selbst alles gemacht, weil entscheidend ist, dass im Moment die Nahrungshändler einfach die größten Profite machen, wenn sie Giftmüll verkaufen und das ist Marktwirtschaft, ohne dass man die Marktwirtschaft beendet, kann man das Problem nicht in den Griff kriegen und ohne eine Wohlfühlstimme hat man nicht die richtige Lenkung der Wirtschaft und dann haben wir den nächsten Interessierten in dem ganzen Spiel, Dr. Eckart von Hirschhausen, der natürlich in seinem Gesamttenor, die hatten ja damals die Zusammenarbeit mit dem Weltrat abgelehnt, also seine Ärztevereinigung, die er da so hat, die wollen natürlich da auch das Gesamtgeschäft der Medizin soll bloß nicht gestört werden und deswegen bringt er natürlich auch so eine falsche Erklärung in seiner neuesten Sendung, nämlich, dass das Überspringen von den Tieren das große Problem sei und deswegen müssen alle aufhören, Tiere zu essen, ich bin ja selbst auch Veganer, aber das stimmt halt einfach nicht, nicht das Überspringen von den Tieren ist das Problem, sondern die Immunschwächung, die relative Unterschied zwischen dem naturbelassenen starken Immunsystem von Tieren und unserem durch Medizin und Giftnahrung geschwächten Immunsystem, durch dreckiges Wasser, giftige Luft, giftige Nahrung und giftige Medizin geschwächte Immunsystem, das ist die wahre Ursache, aber das darf natürlich Eckart von Hirschhausen noch nicht mal denken, denn das würde ja das Gesamtgeschäft der Medizin stören und er will ja sozusagen mit den Scientists for Future, ja dafür sorgt er ja mit dafür, dass eben Fridays for Future bloß nicht anfängt, irgendwie an dem profitablen Geschäft mit der Medizin zu rütteln, als Faktor in der Menschheitszerstörung. Dagegen wohltuend ist natürlich wieder angenehm zu hören, dem gebe ich dann, da höre ich dann auch lange zu, bei Dr. mit Rüdiger Dahlke, der trotz seiner spirituellen und esoterischen Spinnereien natürlich und seines Psycho-Quatsches, Eso-Quatsches und Spiro-Quatsches trotzdem einfach so viel vernünftige Lebenserfahrung als kritischer und nachdenklicher Arzt hat, ja, er, ja, er, aber bei ihm ist halt auch wieder alles letztendlich nur Teilwahrheit, ja, also, er spricht von seelischen Konflikten anstatt, dass er klar macht, hier, dieses, dieses Spiel, die gewinnbringenden Irrtümer, ja, die gewinnbringenden Irrtümer misshandeln uns seelisch und führen zu einer Seele, die aufgehetzt ist zur Gewalt, zur Aggressivität, denn das bringt Umsatz, das bringt Konsum, das bringt Konsumsüchte, aggressive Menschen konsumieren mehr, sind Waffenkonsumbereiter, sind Kriegsbereiter und so weiter und alles, es sind immer nur die gewinnbringenden Irrtümer, die die Seele, die Psyche deformieren, es gibt ja gar keine Seele, es gibt ja nur die Psyche, ja, das ist ja dieser Spiro-Quatsch, es gibt keine Seele, es gibt nur eine Psyche und die Psyche wird deformiert durch die gewinnbringenden Irrtümer, die natürlich als Gehirnwäsche in den Köpfen jedes Menschen ankommen und ihn selbstverständlich dadurch stören, gestört machen. Ja, also durch die Wohlfühlstimme verschwinden alle gewinnbringenden Irrtümer und dann werden die Menschen leben in der Wahrheit und mehr geht nicht, ja, Menschen, also es geht nur darum, Irrtümer raus aus dem Kopf, Wahrheiten in den Kopf rein und mehr geht seelisch nicht, also psychisch nicht, ne, jetzt falle ich schon selbst auf das Modewort rein. Ja, dann, äh, äh, das Bild des Pharma-Staates, also eigentlich ist alles, was er schildert, ganz realistisch, wir sind halt ein, und das müssen wir halt akzeptieren, solange wir die marktwirtschaftlich hinterfragen, leben wir zwangsläufig in einem Pharma-Staat, einem Medizin-Staat und der regiert und das ist zwangsläufig so, ja, so, dann spricht er, wo ich jetzt gerade selbst auch mich entschieden habe, Fasten zu meinem Lebensstil zu machen, äh, spricht er selbst von seinem Fasten, weil er sagt, er hätte wohl selber Corona jetzt gehabt und dadurch, äh, hätte jetzt dann auch nochmal schnell gefastet, um sein Immunsystem hochzufahren und er hat also wohl als 69-Jähriger kaum etwas von Corona gemerkt, ja, äh, aber er hätte es wohl gehabt, das meint er wohl, ich weiß es nicht, ja, äh, und er hat vollkommen Recht, dass wir die Risikofaktoren beheben müssen, also, und wie heißen die Risikofaktoren? Überallem Risikofaktor Nummer eins, Marktwirtschaft und dadurch raus resultierendes giftiges Wasser, giftige Luft, giftige Nahrung und giftige Medikamente und Bewegungsmangel und alles, also krankmachender Lebensstil generell, marktwirtschaftlicher, zerstörter Lebensstil, deswegen brauchen wir ja die komplette, moderne Lebensstilmedizin, ja, so, übrigens, äh, paar Bemerkungen, also, wir können, bevor ich es vergesse, hier zum Beispiel, müsste doch hier, zum Beispiel hier, äh, das Forum vom Weltrat der Weisen, äh, Gesundheitstipps und Neues, das ist also, Forum Übersicht, hier Forum, Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja, danke, aber wie, und dann die Unterabteilung, Gesundheitstipps und Neues, Dr. Jakob, Prof. Michaela Döll, da habe ich selbst, äh, sozusagen, der Kollegin mal mitgeteilt, wie ich das mache, und sie hat das dann hier reingeschrieben, die Frau Wagner, von den ehrenamtlichen Helfern, äh, und, äh, ja, und da, äh, habe ich dann meinen Text abgeliefert, sozusagen, hier, wo ist er, äh, leider hat Prof. Andreas Michalsen einmal etwas zu Irrtümern Anlassgebendes gesagt, einmal Tag, äh, am Tage beim Intervallfasten richtig satt essen, und das habe ich am Anfang abends gemacht, und habe dann gemerkt, nee, da nehme ich ja auch noch zu, weil man es eben nicht schafft, die Essanfälle, ja, bei dem Krankmachenden, dass unsere, äh, Marktwirtschaft auch, äh, psychisch uns alle so unglücklich macht, und jetzt besonders unglücklich macht, in Corona-Zeiten, ja, dann ist es immer so, dann kommt das, dieses Sattessen, und dann noch die Essanfälle zueinander, und das ist dann immer zu viel, also erstmal hier, lieber an die Okinawas halten, immer nicht ganz satt essen, je älter der Mensch wird, desto mehr gilt, Dr. Gerhard Reuter zitiere ich hiermit, einmal am Tag abends, nur eine winzige und immer noch, immer noch kleiner werdende Portion, und morgen, äh, und morgen, äh, abends und noch eine kleinere Portion essen, denn der Körper verbraucht fast gar nichts, und darf deshalb auch nur fast nichts bekommen, sonst nimmt man auch allein mit Obst und Gemüse zu, und nur ab und zu eine kleine Menge, kleine Mengen an Nüssen, und sonst wird man fett, äh, und jetzt deshalb, weil das jetzt auch gescheitert ist, denn auch diese winzige Portion am Abend, so ein fester Termin, einmal am Abend, im Sinne des Intervallfastens, einmal zu essen, ist schon zu viel, deswegen jetzt zum zweiten Mal, das Experiment, das erste Experiment, war sehr erfolgreich, nur hatte ich dann leider, äh, sozusagen extreme Verführungen, zu Essanfällen dadurch, weil ich auf etwas, ja, nicht reingefallen bin, sondern, also, ja, also irgendwie, da, äh, irgendwie an mich zu nahe etwas, äh, Falsches rangelassen habe, da, äh, jetzt das, das Experiment wiederholen, und da, da bin ich jetzt gerade drin, gar nichts mehr essen. Machen Sie sich zum Grundprinzip, gar nichts mehr zu essen. Erstens kriegen Sie dann innerhalb von vier Tagen, wie Dahlke sagt, ein hoch leistungsfähiges Immunsystem und immer nur Fasten als Lebensstil, und zwar auf Dauer, nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern, ich erkläre natürlich gleich, was die, was die Regel ist dabei, natürlich nicht Fasten, wie man das kennt, sondern immer nur Wasser, ich nehme ja immer morgens dann das Magnesium rein, Dr. Jakob empfiehlt ja besser abends, also, ich habe ja so zwei große Tagesevents, wo ich literweise Wasser in mich hinein trinke, ja, Schluck Wasser, ja, einmal nachkörperlicher Arbeit, am späteren oder Nachmittag im Moment, ja, sozusagen, und einmal morgens Wasser, ja, Wasserfasten, ja, und Wasser mit Magnesium, ich nehme es halt morgens, passt bei mir irgendwie besser, und, aber empfohlen, weil Magnesium fördert die Schlaftendenzen, also sollte man das Magnesium vielleicht besser abends nehmen, aber bei mir passt es halt besser morgens, ja, und dann B12, nehme ich dann ab und zu, und jetzt kommt die Ausnahme vom, also, immer dauernd Fasten, aber sobald unangenehmer Hunger kommt, darf man eine winzige Portion Gemüse oder Obst sich machen, und dann kann man dabei ja beim Gemüse dann eben D3K2-Öl, Öltropfen dazu tun, Leinöl dazu tun, DHA-EPA-Öl, einen kleinen Schuss reintun, und dann hier plus im Moment bei Corona Joggen und Gymnastik in der Wohnung zu Internetsendungen, so zum Beispiel habe ich jetzt auch Rüder Gerda Alkes Sendung ganz gehört, weil ich dabei durch die ganze Wohnung gejoggt bin, und natürlich den Ton nur so laut machen, dass ich es gerade so eben höre und verstehen kann, habe die Geschwindigkeit dann auch auf 1,5 gedreht, auf einem dieser Internetplattformen, und das als Dauerprogramm, also keine festen Mahlzeitentermine mehr, also heute Abend werde ich nichts essen, wenn ich nicht beißenden Hunger habe, esse ich gar nichts heute Abend, ja, denn wenn ich Hunger habe, esse ich sofort eine kleine Portion, denn warum soll ich den Hunger übergehen, ja, wenn da irgendwas sich wirklich meldet, dann esse ich eine Kleinigkeit, aber dann darf es eben nur diese Winzlingsportion sein, ja, vielleicht lässt sich heutzutage eben nur noch so ein Gleichgewicht finden, sobald wir auch nur einmal am Tag eine feste Mahlzeit einplanen, ist das Chaos schon vorbereitet, ja, und vielleicht noch ein wenig auf ausreichend Zink achten, also ich habe so meine tägliche Zinkdosis, ja, Schluck Wasser. Rüdiger Dahlke erwähnt ja Vitamin C immer wieder, aber ich denke, ich esse, wenn ich ein bisschen Obst esse und winzige Portionen Gemüse, da ist genug Vitamin C drin, ne, gehe ich mal von aus, ja, ja, dann haben wir hier die Videos, hier zum Beispiel Sendungen von, von Dr. Jakob, Prof. Michaela Döll und so weiter und von mir glaube ich auch dabei, Sendungen, hier geht es nochmal zum Preppern, also so viel dazu. So, jetzt geht es weiter. Schluck Wasser nochmal. Sie merken, Wasser begleitet meinen Tag. Ähm. Ja, das Problem bei Dahlke ist halt, weil er nur diese Teilwahrheiten hat, weil ihm eben diese, nur dieser Sender hier eben die Teil, die vollständigen Wahrheiten beinhaltet, da empfiehlt er natürlich den individualistischen Weg, ja, aber es ist eben so, ohne dass wir die Marktwirtschaft verlassen, ist es ja nahezu unmöglich, wie wollen Sie, ohne die Marktwirtschaft zu beenden, jemals an nicht giftiges Wasser, nicht giftige Luft, nicht giftige Nahrung und nicht giftige Medikamente kommen. Das geht nicht. Das geht nicht, weil die Marktwirtschaft das jeden Tag produziert, zwangsläufig, ja. Es geht nicht. Und dann erwähnt er noch mal, dass es den Beatmungsgeräte, Irrtum sozusagen, aber der ist doch typisch im falschen System, das nützt doch nichts, dass wir jetzt lernen, dass die Beatmungsgeräte und deren Umgang damit eine der wesentlichen Todesursachen ist jetzt sozusagen, dass wir das jetzt gelernt haben, damit ist das doch Problem nicht gelöst. Jeden Tag wird doch wieder ein neuer gewinnbringender Irrtum in den Wissensstand der Medizin aufgenommen und der bringt wieder eigene tödliche Effekte. Also verstehen wir, also diese individualistische Perspektive löst doch das Grundproblem nicht. So, die Heinrich-Böll-Stiftung taucht mit einer Sendung auf mit einem falschen Demokratisierungskonzept, ja. Denn wie sieht das Richtige aus, wenn sie die Wohlfühlstimme haben und jede Partei ständig die Bürger schauen können, aha, die Partei X regiert regiert diese Kommune. Und die Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten in dieser Kommune entwickeln sich negativ. Na, dann sollte ich auch, sollte niemand mehr diese Partei wählen. Das wird sich dann jeder Bürger ja denken anhand der Zahlen. Und wenn dann ein Bundesland, verschiedene Bundesländer von verschiedenen Parteien regiert werden und die Partei Y, also die Bundesländer, die von der Partei Y regiert werden, in denen verschlechtern sich die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten gleichermaßen der Bürger. Ja, dann werde ich doch den Teufel tun und jemals diese Partei wieder wählen. Und deswegen entsteht da eine maximale Demokratie von selbst. Weil dann nicht die Parteien sagen, bitte alle Fachleute, kommt zu uns, beratet uns, werdet bei uns Mitglied, macht bei uns mit, weil wir brauchen eure Expertise, denn wir haben keine Ahnung, wie wir schlechte Wohlfühlstimmen vermeiden können und schlechte Gesundheitsdaten vermeiden können, denn das haben wir ja nicht gelernt. Denn das jetzige Demokratiesystem funktioniert einfach so. Man macht einfach eine Gehirnwäsche, man sagt den Bürgern, ich bin für euch. In Wirklichkeit setzt man sich mit den Lobbyisten zusammen und handelt für die Konzerne und handelt gegen die Bürger. Ja, und da die Bürger das nicht durchschauen können, kommt man damit durch. Ja, aber bei der Wohlfühlstimme ist Schluss mit durchkommen, denn jeder Mensch, so dummer er ist, kann sein eigenes Wohlfühlen beurteilen. Und die Gesundheitsdaten sprechen eine eindeutige Sprache. Muss jemand wegen Krebs operiert werden, vermeintlich oder tatsächlich, dann taucht das in den Gesundheitsdaten auf und wenn ein Politiker Politik macht, die präventiv so gesundheitsförderlich ist, dass das bei diesem Wähler verhindert werden kann, dann kann er wiedergewählt werden. Wenn nicht, wird er halt nicht wiedergewählt. Und das ist echte Demokratie. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nichts am Demokratiekonzept zu ändern. Überhaupt nichts. Wir müssen nur die Wohlfühlstimme zusätzlich einführen und die Gesundheitsdaten mit reinrechnen. beim Statistischen Wahlamt und Bundesamt Wiesbaden, denn wir vertrauen ja auch unserem Bundeswahlleiter und wenn da Daten gefälscht würden, dann leben wir ja sowieso schon längst in einer Diktatur und dann haben wir sowieso keine Chance. Also entweder wir müssen halt den Bundeswahlleiter extrem mit Kriminalpolizei und den besten Statistikern der Welt so kontrollieren, dass wir wirklich harte Daten bekommen. Das ist dann der einzige Ort der gesamten Welt, wo wir harte Daten bekommen. Unser statistisches Bundes- und Wahlamt Wiesbaden wird zum einzigen Ort der Wahrheitsfindung. Den müssen wir natürlich wie Fort Knox schützen dann. Die nextscientistforfuture.de sollten wir als neues Robert-Koch- oder Teil des Robert-Koch-Institutes und Teil der WHO diskutieren, denn die sind die einzigen, die wirklich die ganze Wahrheit kennen. Alle anderen kennen ja immer nur Teilwahrheiten. So, und dann haben wir noch ein letztes Blatt, aber das ist ganz kurz, 90% Zustimmung. Ja, das habe ich ja eben gerade erklärt. Also im Moment ist es ja so, dass die Masse der Menschen, die 90%, die wir schon immer wieder gesehen haben, wir haben in allem gesehen, 90% der Menschen sind die Herde. Die sind die Lämmer. Und es ist halt so. Und das ist auch kein Problem an sich, weil auch in der Gruppe der Bonobos sind auch immer 90% die Lämmer, die Herde, die Horde sozusagen, in deren Kommunismusform. 10% sind die, die sich auskennen und die die ganze Sache lenken. Und bei den Bonobos läuft das gut ab, weil die nicht die Marktwirtschaft haben. Und bei uns läuft das schlecht ab, weil wir die Marktwirtschaft haben. Als Grundbedingung, als Grundrahmen. Und dieses, dass im Moment 90%, zumindest angeblich der Bevölkerung, ihren eigenen schlechter begrüßen und vielleicht noch sehnsüchtig auf die Impfspritze warten, so nach dem Motto, ja, jag sie mir rein, diese ganzen Toxine, die da mitkommen mit dieser Impfung. Ja, das ist sozusagen, das ist einfach so, dass diese Gehirnwäsche natürlich funktioniert. Ja, denn solange eben wir die Wohlfühlstimme nicht haben als Korrektiv und die Gesundheitsdaten nicht als Korrektiv haben, kann ich natürlich als Politiker immer Folgendes machen. Ich sage dem Bürger, ja, ich bin für dich da. Ja, dann setze ich mich mit den Lobbyisten der Medizin- und Pharmaindustrie zusammen, die sagen mir, was sie wollen und dann mache ich das, was die wollen, aber der Bürger wählt mich trotzdem zu 90%. Ja, und je aggressiver ich im Moment sozusagen mich auf die Seite der Medizinindustrie stelle, also Söder-Effekt, desto stärkere Chancen habe ich, der nächste Kanzler zu werden. Also das können wir nur beenden durch die Wohlfühlstimme und also diese Parteiwiderstand 2020 wird ein Flop sein, wenn sie das Korrektiv, die Marktwirtschaft zu korrigieren, nicht als wesentlichen ersten Schritt dran hat. Ganz abgesehen von den anderen vielen Maßnahmen, die in den vier Homepages angedeutet werden und den 450 circa Sendungen, die jetzt bis jetzt hier überall findbar sind bei nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. So, zum Schluss noch Tichis Einblick. Tichis Einblick, das ist wohl eher so ein rechtslastiger Sender. Ja, die fordern auch, sperrt das Land auf. Ja, ich fordere das nicht, sondern ich sage wissenschaftliche Diskussion mit nextscientistsforfuture.de, mit allen dieser alternativen, 120 alternativen Ärzte, die immerhin Teilwahrheiten erkannt haben. Aber es müssen auch die Ganzwahrheitler dabei sein, die nextscientistsforfuture.de. Und ich hoffe, lieber Zuschauer, dass Sie eine ganz kleine Ahnung bekommen haben, jetzt wieder, und Zuhörer sozusagen, dass hier der einzige Ort der ganzen Wahrheit ist und dass die Teilwahrheiten sie halt nicht richtig weiterbringen, denn bei den Teilwahrheiten fehlt Ihnen immer das Runde, das Rundwerden durch die ganze Wahrheit. So viel zur heutigen Nachmittagssendung unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi.